So hallo, herzlich willkommen zu MONSTRUM! Wir werden heute diese Scheiße richtig zerracken! Wir werden diesen fucking Bitch sowas von penetrieren, dass er nicht mehr weiß von Hypno-Fun ist! Anti-Kunua-Sternband, check! Sonnenbrille, check! Russische Mütze, oh, check! Zweite Kappe, check! Zweite Brille, Check! Russische Waffe, entsichert und check! So, jetzt wird die Bitch zerrackt, penetriert, zerfickt, verfickt, ge-rapt, was auch immer, er wird von mir so hart gefistet, alles wird drum und dran hier gemacht, jetzt werden wir dieses Spiel benden! Bro Street, Home So, jetzt seh ich schon viel besser! Come on! Wer ist hier? Wer will ein Stückchen von mir hier haben? Okay, ich hab keine Ahnung, was wir heute zusammenbauen werden, aber entweder werden wir heute den Helikopter zusammenbauen, dieses scheiß Fluchtboot oder das U-Boot. Einen von den dreien werden wir heute zusammenbauen! Seht ihr das? Aber ich, ich hab die Fuse! Ich will's da... Fuck! Fuck yeah! Heute werden wir wieder das U-Boot zusammenbauen! Ist hier jemand? Ich weiß, dass sich hier jemand versteckt! Oh, oh! Ich wusste es, eine Tasse! Ja, la, 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 la! Ich tue erstmal die Tasche Kaffee hier, hä? Wie wird du Stress? Ich hasse dieses scheiß Fisch! Ey! Wer ist da im Hintergrund? Bruna! Bruna, jetzt geh... Oh mein... Gott! Ich rieche es jetzt schon! Jemand wird geraggt hier! Nope! Weißt du, was ich habe? Ich hab ein Duct Tape! Bitch! Okay! Die Kamera sieht mich nicht! Jetzt wirst du getaped, Bitch! Feuerlöscher! Geil! Ein... Bezinkanister! Ich glaub, das war für den Heli! Ein Feuerzeug! Oh mein... Ich war... Das Viech war hier! Es hat überall seinen scheiß Code hinterlassen! Oh mein Gott! Hat deine Mama nicht beigemacht, dass man dich einfach öffentlich irgendwo kacken sollte! Du wirst getaped, Bitch! Okay, Leute! Folgender Plan! Wir werden erst zum Helikopter! Tanken ihn voll! Ja, genau den Helikopter! Ja, genau den Helikopter! Den tanken wir voll! Okay! Was zum Teufel soll ich damit machen? Wie soll ich tanken? Egal, wir lassen den Kanister hier einfach! Ey! Leise auf den billigen Plätzen dort! So, wir haben noch die, ähm... U-Boot-Batterie! Das packen wir jetzt da ran! Denn dann haben wir wieder zwei Slots frei und können weiter suchen! Das war verdammt nah! Sag mal! Ist er der neue Slenderman? Wieso... Wieso kann er sich teleportieren? Das ist so unfair! Na, na, na! Was haben wir denn hier? Dreimal darfst du raten, was ich für dich habe! Richtig! Oh, oh! Meine Taschen... Nein! Oh! Ich... Ich merke halt, wie mein Leben gerade an mir vorbeiläuft! Und die Taschenlampe ist tot, Leute! Die Taschenlampe ist tot! Oh! Wie gerufen! Oh mein Gott! Eine neue Taschenlampe! Holy shit! AAAAAH! Nope! 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 Obwohl... Bitch! Komm at me, Bro! Ähm... Ey! Fick dich! Was? 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 Ich dachte, der Feuerlöscher bringt was! Oh mein Gott! Jetzt sind wir hier wieder am Stösserl! Kann bitte endlich mal ein anderes Viech kommen und nicht immer diese scheiß gottverfickte Alien-Dingen! Yay! Ein Glowstack! Ich liebe Glowstacks! Oh Gott! Dammit! Schon wieder! Boah! Boah! Ich hab keinen Bock mehr auf den! Ey! Ich bin jetzt den ganzen beschissenen Weg von dem Apartment-Deck dort hierhin gerannt! Wenn das Ding jetzt hier ist, dann kann es teleportieren! Das ist Sredder-Mans fucking Sohn! Oh mein Gott! Wir rennen dann zurück! Wir rennen dann zurück! Ich hab schon... ...drei verschiedene Sachen gefunden! Von drei verschiedenen Fluchtorten! Das erste ist das hier! Hm! Look at that shit! Ich hab auch von Abonnenten erfahren, dass man auch das hier zu... Oh! Scheiße! Okay! Ich mach mal alle auf! Mal gucken, ob was Schlimmes passiert! Okay, weg damit! Wow! Okay! Was ist das? Wieso? Ich hab ne Waffe? Kann ich das Ding jetzt... Oh! Mein Gott! Wo ist das? Nope! 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 Come at me, Bro! Nein, lieber nicht! Nope! Ähm... Ho... Ey, Bitch! Ich hab ne Waffe für dich! Willst'n Schuss in Eier bekommen, hä? Komm her! Komm her! Oh, der... Puh! Was für ne Pussy! Ha! Oh mein Gott! Geh du schon da entlang! Ich bleibe hier, ne? Bitches sind nicht erlaubt hier! Tut mir leid! Und zugeschweißt! Und zugeschweißt! Äh, la 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 la! Ich brauch ein paar Sachen! Okay, da gibt's es, äh, hundertprozentig keine Sachen mehr! Irgendwo muss doch... Äh, ich weiß, wo ich grad bin! Da hinten war die Bitch! Ey! Sei leise! Legt er sich mit mir an! Legt... Legt er sich mit dem Besten an! Ey, wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Oh! Ey! Nein! Ich will dich nicht verlieren! Das ist meine letzte Hoffnung! Wenn du nichts... Wenn der nicht, äh... Durch diese Waffe... ...in Brand gesteckt wird, dann weiß ich auch nicht weiter! Die Frage ist, kann man das Monster hier überhaupt töten? Zum Glück hab ich das mitgenommen! Ey, Bitch! Du bist jetzt zugetapet! Ha, 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 ha! Ey! Was soll das Scheiß? Hey! Guckst du mich an, ey? Ist das Kindergarten hier? Nein! Natürlich nicht! Fuck! Oh! Oh, ii! Ii! Der hat an die Wand geschissen! Der hat an die Wand geschissen! Ah! Lauf! Ruuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Ich bin doch nur runter gesprungen, da war ein Container, ich bin nicht vom Schiff runter geflogen. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott! Eine wunderschöne Waffe hatte ich. Eine wunderschöne Waffe hatte ich. Gott, Baby, wie voll bekannt war, wo ich hier hatte, ne? Seh ich nicht süß aus? Sag mir, dass ich süß aus sehe. Hehehehehehe, Glostick. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, da-da-da-da-da-da-da. Ah, von hier aus bin ich gekommen. What the fuck? Was? Was? Ich glaube da drin ist jemand glücklich. Alles klar. Das ist ein anderes Weg. Ich glaube das ist der große Motherfucker. Oh! 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 Zwei Sachen! Oh mein Gott! Ich hab jetzt drei Sachen! Es fehlt noch ein einziges! If you're happy and you know it, clap your hands. Nope! Der Typ ist am gefährlichsten. Bei diesem komischen Alienviech kann ich ja wenigstens noch irgendwie flüchten. Aber bei dem, bei dem kannst du nicht vorbei. Der ist viel zu breit. Der ist noch breiter als der Türsteher. Das hat er überhaupt nicht gehört. Weg damit! Ahhhhhhhhhh What the fuck Ah Weck dich um deine Meinung Das scheiß Kerl kann Türen aufmachen Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das für ein Sound Boah kein bisschen Kerl ist aber es ist mich interessiert Das ist grad ein Scheiß Oh Nein Nein Nicht der oh mein Gott Nein Nein Nope Nicht So Lass uns bitte verpissen Bitte Oh Gott da kann die Türen sowas von Ich weiß jetzt wofür wir das brauchen werden Nein 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 Oh mein Gott mein Herz Was Du komm Komm Du komm nicht rein hier Lass los Lass los Fahr weg, fahr weg, fahr weg! Geh doch rein! Geh doch rein! Was? Jaaah! Wir haben es geschafft Leute, wir haben es geschafft, wir sind endlich geflüchtet. Ich bin so glücklich, ihr habt das Spiel endlich geschafft. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und ja. Wir haben Monstrum endlich durchgespielt. Bis zu meinem nächsten Video wieder, bis dann. Oh mein Gott. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Untertitelung des ZDF für funk, 2017